hochzuwerfen. Oder... Alter, ich bin halt instant. Alter! Das ist wirklich hässlich. Ja, da kommt direkt... Alter, mir was... Alter! Jaja, der spammt die Scheiße einfach und dann kriegt er 50 von den Dingern. Das ist richtig heftig. Diese Geschichte ist doch nicht zu hässlich. Ich brauch noch nen Stack. Das ist so hässlich, ey. Jetzt kommt halt! Go! Mehr kann ich auch nicht machen. Alter, wie lang braucht ihr denn? Oh ja. Matsch. Ja! Jawoll! Oh! Daaaah! Schön. Aber du bist tot. Ich hab noch gewartet. Ja. Ich hab noch gewartet. Äh, jup. Dort. Äh, dein Scheiß-Stun, Mann. Ich komm auch noch. Wenn du Hilfe brauchst, hier unten. Hier unten. Lauf doch zu mir. Ah! Ja! Ich hab halt die Bombe dann von Zix gesehen. Schön. Oh, ich komm! Oh, ich komm! Kämpf da, kämpf da, kämpf da! Und hier unten. Ah! Ja! Und hier unten... Okay! Und hier unten. Und hier unten. Das Vieh jetzt lang! Ich glaub das wird der längste Harrod Marsch den Kicks hin. Haben die den Harrod schon gemacht? Scheiße. Der war völlig... Nee da oben ist er! Da ist er jawoll! Das Vieh hat echt noch gut Schaden gemacht im Tower. Schönes Ding! Jawoll! Komm den holen wir uns! Oh! Jawoll! Fuck! Jawoll! Es war ganz gewollt gell! Der Fizz carried uns! Der Fizz macht's gell! Ja! Ja weil der ständig in der Luft ist! Nehm! Also ich hab ne 0, 4, 7, ich hab nur hier Supportdinger! Das ist nicht dein Ernst! Achtung der kommt! Komm hoch! Ich komm hoch! Ah nein! 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 Ah! Ich lebe! Das nehm ich! Dann machen wir das jetzt ganz einfach! Wir ficken die jetzt! Ja der Cannon! Ich hab ihn festgehalten! Ja! Boah! Rooted! Spam diese scheiß Blumen einfach überall hin sind diese scheiß Blumen! Komm! Oh jetzt Harald! Okay jetzt Harald! Oh, was soll? Alter, ich kann gar nichts gegen ihn machen. Ich kann gar nichts gegen ihn machen. So, da kommen sie. Wo ist das Team? Ja, Hilfe! Ja, helft mir doch! Jetzt helft mir doch mal! Mann, was machen denn hier? Wir müssen grad was mit dem Sekt machen. Wir wollen das mit dem Sekt totmachen. Oh Mann, ey. Ihr hättet die so zerfickt in der Luft. Ich hab elf Kills. Scheiße, hier ist schon wieder einer. Ach, ich raste hier aus. Ich hab 0,8, Alter. 0,8. Mit der Schucky gar die Carry. Mann! Oh! Scheiß die Wand an, ey. Ich hab wenigstens fast den Tower down gekriegt. Es war in diesem Moment, dass er wusste. Er hat mich verraten. Ah! Der fläscht sich drüber. Pass auf! Oh, oh, guck mal jetzt nach oben. Jetzt fick ich den Plötzgang von hinten. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Der Anker schreckt dich! So, jetzt ist er aber tot! Der Anker! Der Anker! Der Anker! Der Anker! Der Anker! Ich tp da jetzt hoch! Ist mir egal! Fackt da ja alle! Warum wollen die jetzt Barrel machen?! Brauchste nicht, Baron jetzt! Fuck! Der ignoriert nicht! Der kennen ignoriert nicht! Lenk sie ab, wir machen Baron, alles gut! Yo, Motherfucker! Alter, es geht bei dir ab, Mann! Achtung! 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 Backdoor-Wall! Ich komme jetzt mit Steele und dem Fiss jetzt wieder. Mal holen! Kampsel. Gott, ich sage beim'n Backdoor-Wall! Ich sage bei dir ab, was hier ist. Nur bringt 2019 viel Ich mach' kein Damage! Scheiße, ich bin tot! Komm! Wir haben's! Jawoll! Jawoll! Was ein scheiß Game, Alter! Ich hab' keinen einzigen Kill! Keinen einzigen! Ich blatt! Ich hab' keine Angst! Oh! Ich bin mal!